Der Boden ist eigentlich das letzte Paradies, das wir wirklich auf Erden haben. Fast alle Zivilisationen dieser Erde, die sich entwickelt haben, sind zugrunde gegangen, zumindest auch dank der Landwirtschaft. Sie sind dank der Landwirtschaft entstanden, aber aufgrund der Landwirtschaft auch wieder zusammengebrochen. Also steckt die Welt in einer tiefen philosophischen Krise. Wir bekommen im Winter mehr Niederschläge und wir bekommen häufig eine Frühjahrsdruckenheit. Also ich wundere mich öfter mal, warum der Mensch in der Stadt so wenig Existenzängste hat. Der ist ja absolut abhängig davon, dass hier was wächst. Die Landwirtschaft kann nicht eine Landwirtschaft gegen den Willen der Gesellschaft betreiben. Das wird nicht gehen. Bodenfruchtbarkeit ist aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Das würde ich mir wünschen für Landwirtschaft, dass alles was wert ist.